Musik Hallo! Wir sind Studenten der Comenius Universität Bratislava. Musik 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 Hi, my name is Abby and I'm from the UK. Hallo, ich bin Janika. My name is Janika, I'm from Germany. Servus, ich bin Dennis. My name is Dennis, I'm from Germany. Hola, my name is Raquel and I'm studying here in Comenius University. I come from Spain, Madrid. Hola, my name is Emily and I study medicine in Comenius University in Bratislava. I'm from Portugal. Salaam, I'm Jabbar, I'm a medical student. I'm a medical student. I'm a medical student, master of science, and I'm doing great job. Let me introduce myself. I am Dean of Medical Faculty for the second period. I am leading a faculty which next year will celebrate 95 years. We are between the 500 best faculties in the world out of 29,000. In our faculty we are teaching two branches. It is the General Medicine. The graduate will be graduated as an MD, Medical Doctor, which is recognized in the European community. And secondly, we have a branch of the dental surgery. And students after graduation will receive the title MDD. It means the Medical Dental Doctor, which is recognized in the European community as well. And the graduate can start to work as a dentist, as a dental surgeon immediately after graduation. Since last year, our study is recognized even in the United States of America. It means that practically our students after graduation, the diploma MD is recognized even in the United States of America. The U.S. of the same time, the major wildlife of the medical Son, the passenger member of the U.S. at the University of America. They are a resident of different students after graduation. The U.S. of the human nature is recognized in the United States of America, the most important, health care of the health care of us. The U.S. of the medical care, the knowledge of the U.S. of the medical care and the oldest tick-reasing, the medical care of the U.S., Ich liebe es hier, weil man eine internationale Erfahrung bekommt und ein paar Menschen von vielen anderen Ländern, das ich nicht nach Hause bekommen würde. Ich wollte Englisch studieren und es ist sehr interessant für mich zu treffen, so viele internationale. Diese Universität gibt dir die Möglichkeit, zu studieren in deinem Karriere, die Medizin ist. Und ich habe es gewählt, weil es eine Art von Menschen zu kennen, außer zu erfahren, die Dinge, die man will lernen. Ich liebe es sehr, weil sie einen guten Englischen Programm haben. Ich bin auch froh mit der Universität. Alles ist großartig. Ich liebe es. Musik Brezhsav ist eine kleine Stadt, so es ist gut für Universitäten, und die Leute sind ziemlich freundlich, und ich bin sicher. Es hat eine gute Nachtleife. Ich liebe Bratislava, weil es nicht eine große Stadt ist, aber es hat eine sehr schöne Stadt, und es ist wirklich international hier. Bratislava ist eine schöne Stadt, es ist schön, es ist auch schön, es ist auch schön. Die Stadt ist auch sehr schön, es ist auch sehr schön. Die Stadt ist auch schön. Das ist auch schön. Untertitelung des ZDF, 2020